Und wie das so ist, wenn man wieder frisch fährt nach ein paar Jahren, dann braucht man neue Ausrüstung und die gehe ich jetzt hier im IPEAS in Silbruck beim Georg Straub posten und ich freue mich auf die ganze Zeit. Tolle neue Sachen, um dann bereit zu sein, um wieder aufs Ross zu gehen. Also erzähl mal Georg, was hast du mir heute an der Ausrüstung verkauft? Wir haben heute den Gregor mit neuen Socken, Hosen, Helm und Händen ausgerüstet, damit er wieder bereit ist zum Reiten. Genau, dann habe ich noch einen coolen Gurt dazu genommen und natürlich noch ein Hütchen, dass wenn ich dann einen verstrubelten Kopf habe, dass man das nicht sieht. Musik Das ist der Kalle Kul, das ist mein Ross, ein 12-jähriger Oldenburger Kul-Puchs. Und der Gregor schaut dann zum Kalle, wenn ich im Militär bin. Und heute werden wir jetzt mal dran können. Musik 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 So, das war jetzt los. Ich merke auch nach 4 Jahren, verlernt habe ich es nicht, aber es fühlt sich noch etwas gestabiger an und natürlich bin ich jetzt geschafft. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Gell Kalle? Musik Musik